Moin und hallo zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 15 und mit dabei ist heute der Lukas Morgen So, wir sind wieder dabei beim Ernten, ich habe jetzt mal das Fahrzeug getauscht Ich fahr heute mal unseren guten alten Thrasher Hätte auch schon viel geleistet Und du tust glaube ich sehen Ah, Düngen gerade noch Ah ok Ich glaube der Rest Feld ist gedüngt, das habe ich im letzten Part schon gemacht Ja, Feld 7 also, ja Feld 7 Ne, Feld 7, haben wir Feld 7? Ja haben wir, klar Habt ihr eigentlich schon Zeugnisse bekommen oder irgendwas? Ne, ich hab nicht dran, Entschulde Oh ok Wir haben es heute bekommen Also die Aufnahme ist am Donnerstag Falls ihr euch wundert Also ich sag mal, gestern habe ich das Zeugnis bekommen, wenn die das Video sehen Ja, sag mal so bei mir ist eigentlich auch Schule vorbei Die Toten sind alle fertig Ja Wir waren heute auf Klassenfahrt noch, oder Klassenfahrt naja, irgendwo zum Botanischen Garten Und ju, sind einmal drüber gelatscht, haben unsere Zeugnisse mitgenommen und fertig Und dann dürfen wir jetzt bis, äh, wann fängt die Schule an wieder bei uns? Am 2.9. beginnt sie und wir haben den ersten Schultag, 9.9. einmal in der Woche Tut auch mal gut, nicht schmüse Hm, ja, wir müssen arbeiten, hm Ja, definitiv nicht Ja, das ist das Dumme Fährst du eigentlich in den Urlaub? Ne, gell? Äh, Ende August Ach so, ok Ey, was waren auf Welt 8 Weizen, gell? Mhm, Gerste kommt da drauf Man macht's also so in den letzten Schulwochen nix, so, hockt man auch bloß da, klotz blöd in die Luft, guckt irgendwelche Filmchen, das war's Oder? Mehr macht ihr ja auch nicht Ja Die nächsten Tage wird's genauso sein Dann noch Hitze frei Und dann Hitze frei? Ja, bei uns gibt's Hitze frei, also, das Nachmittagsschule entfallen, normal halte ich grad Unterricht Aha, ok Gibt's hier nicht Hitze gibt's hier sowieso nicht 25 Grad und das war's wieder Aber wir haben grad, glaub über 30 zu 32, sowas rum Ne, hier nicht Überhaupt nicht 20 Grad mit Sonne Morgens soll's vielleicht ein bisschen wieder wärmer werden Dann hoff ich noch auf die nächste Woche vielleicht mal Was denn soll das heute? Die Feld ist so scheiße Mhm Ich weiß Drum lass ich's dich ja machen, öööö 3 ging's Deine Schwester, was spielt denn die Querflöte oder was? Klarinette Aha Solange sie kein Trompete oder irgend sowas spielt, dann ist sie so Weil Trompete hörst du noch mehr Ich hoffe, sie hört weiter auf Du kannst es nicht mehr mit anhören Der Icon ist ja nicht aufgetragen Aber du spielst keine Musik ins Moment, oder? Ich hab mal Ah ok, und was? Bei Gitarre Ah ok Aber das hat mir zu viel Zeit Ich hab mal Ich hab mal Ich hab mal Klavier gespielt Ach gut Weil halt meine Familie früher noch ein bisschen Oder meine Opa und Oma Und meine Mutter etwas musikalischer angehaut waren Die haben halt gesagt Mach mal irgendein Musikinstrument Oder irgendwas War bei dir wahrscheinlich selbe Ja, aber uns liegt es nahe Ja, bei uns auch Mein Opa hat mal irgendwie Irgendein Orchester Und keine Ahnung Geleitet und keine Ahnung was alles Drum war das so ein bisschen In der Familie Aber mit mir stirbt es auch Ja, da brauchst du halt viel Zeit zum üben Auch und alles einfach Das ist Ja Wenn man dann in Schule geht Und keine Ahnung wie viele Stunden 10 Stunden am Tag hatte Oder 8 Stunden Dann Ja Bringt es nicht noch abends Irgendwann da hin zu hocken Und irgendwie was zu spielen Da noch Ja Weil ich hab da keinen Bock Nach der Arbeit noch irgendwo hin zu hocken Und Irgendwas zu üben Da hätte ich Da hätte ich keinen Bock drauf Da hätte ich keinen Bock drauf LoL Spielt deine Schwester dann irgendwie in einem Chor mit oder Orchester Ah, ok Da haben die bald irgendwo einen Auftritt Und da muss ich jetzt ziemlich viel dafür machen Ja, ok Hm, dann darfst du da wieder hingehen und dir das wieder anhören Da gehe ich einfach nicht hin Sag's einfach, ich hab was in der Landwirtschaft zu tun Ja, das ist normalerweise Und das ist auch immer so, dass das genau passt Ja Das ist auch immer so Dann normalerweise Kriege ich das immer so hin Ach, passt doch Würde ich auch so machen Weil wenn man es dann zu Hause schon hört und dann, naja Braucht man das nicht unbedingt nochmal alles Ja Nee, ich hab so Spaß Ich hab jetzt einen Winstern Nee So, was weiß ich halt Das ist halt 12, nur haben wir noch 14 Oh Gott, oh Gott Und noch ein bisschen Hm 12 ist Gerste Ach, scheiße Warum fange ich mit 12 an? Ich wollte eigentlich 13 und 14 machen Ach, egal Was ist auf 17? Gerste, dann müssen wir nahezu bis 17 fahren Ja Dass wir das ein bisschen gemeinsam haben Oder zusammengeliegend haben Ach, egal Getreide ist Getreide Ja, Geld Lager ist Lager Genau Geld ist Geld Genau Ohne muss nix los hier Ich lass jetzt auf die Zeit nicht auf Fünffach spulen, weil Sonst, äh, ja Haben wir ja gleich wieder noch mehr Miese als jetzt schon Ja, wie war man? 12? 13? Nö, minus 10 K Kostet So, es geht Also wenn wir da im nächsten Verkauf alles verkaufen Dann haben wir das locker wieder drinnen Dann können wir auch mit zwei Anhänger fahren Hängt sich jemand den kleinen dahinter, jemand den großen Kipper dahinter Ach stimmt, den kleinen haben wir auch nicht Ja Für das ist alles eigentlich gedacht Die zwei Anhänger für Abfahrgeschichten und sowas Hier war auch weiß Oh Gott Ja, Gerste Äh, äh, wo? Bist du? Ne, 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 ne Äh, hier muss Raps drauf Scheiße Dann was hast du jetzt ausgewählt? Gerste Dann seh nochmal Gerste hin Scheißegal So, ausleeren Dann mach da einfach Gerste nochmal und fertig Brauch's eh noch nicht so viel sehen, tu lieber mal das eine Feld noch Äh, äh, Düngern Ich hab mal, ich bin jetzt auch weg unten drin Ich hab mal, ich bin jetzt auch weg unten drin Ich hab mal, ich bin jetzt auch weg unten drin Gerste gibt so viel ab Das ist Wahnsinn Ja, ich bin jetzt eigentlich nicht mehr Na, ich schau mal, wie voll der andere da ist Ja, nicht voll Ich sag mal, zuf Reingehen tun 20.000 oder sowas Ich schätze mal so 10.000 werden drin sein Oh, 7 sind drin Mhm, kommen noch 1000 dazu Jetzt sind wir bei 8, 9, ja da kriegen wir das ganze Feld auf jeden Fall rein DBS wär jetzt hier geil, ab und mach, geht ja nicht Ja, Düngen geht ja relativ schnell, also das hat sich ja Also, ich glaub, ich weiß noch was liegen hinter der Seite nachher mal Ja, das kann man nächsten Part hier mal sagen So, dann packen wir das noch weg Ah, ein neues Feld wär auch mal interessant Also, ja, hm Aber eigentlich haben wir wieder Kriegen wir so einen Schlepp, hatte ich Wenn wir so einen neuen Schlepper haben, könnten wir auch mal Richtung Feld dann wieder gehen Weil dann können wir den Wirra auch entlasten mal Sollen wir eigentlich dann an den Wenn das Geld für T6 reicht, sollen wir da eigentlich einen Frontlader gleich mit kaufen oder nicht? Hätte ich gemacht Wenn das Geld reicht, würde ich sagen, hol mal einfach uns ein Dings noch dazu, einen Frontlader Ja, einen T6 aus Fähmaschine würde ich am besten Pass am besten Ja Und vor den deutschen Geber Genau Den Den Hürlimann Ähm Nicht den Hürlimann Der Hürlimann bleibt wo er ist Sondern den Bürra Hängen wir einfach mal an den kleinen Kipper Den lassen wir dann so als Ersatzschlepper mal laufen Ja, aber den muss man sehen Verkaufen würde ich ihn noch nicht Weil dann haben wir wieder keine Fahrzeuge jetzt am Fahren irgendwann Ja, wenn mal wieder viele Leute sind wir nie schon mal Ja, das war ja Vier Leute hier drauf Ja, was tun die jetzt Deswegen möchte ich ja gucken, dass dann irgendwie vielleicht noch eine Gruppe irgendwie dazukommt Ja, das wird ja auch ein Abo Haben wir schon geredet über einen Ja Ja So, aber ich würde sagen Wir beenden den Part für heute Dann würde ich sagen Liken, kommentieren Nicht vergessen neue Zuschauer Ihr könnt gerne den Abo-Button drücken Und dann würde ich sagen Sehen wir uns im nächsten Part wieder Ciao Leute Ciao, ciao